freunde moin drei jahre gab es keinen gausturm cross jetzt bin ich wieder da 2023 letztes mal 2020 hat der lauf stattgefunden jetzt wieder hier um hohen hagen und ich freue mich mit den anderen zusammen am start zu stehen und mich auf der fünf kilometer strecke ein bisschen durch die landschaft zu wählen viel spaß das geht auch berg hoch ich werde ja noch mal ein bisschen entgegen kommen ja meine jacke liegt da unten in der bank na gut ich werde dann das zweite nimmer zu laufen nicht da finde ich ja wahrscheinlich aber hier wird es brutal oh sorry sorry peter weg um eine waffe bin hier oben ja 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 vielleicht ist mal und freu euchBook in dem mal da wie achim was ist denn los? gehst du ab wie Schmidts Katze? wooh 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 warte 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 Ja! Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020